Gut, starten wir direkt und sagen willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Holstein Kiel. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer, unseren Gäste Trainer Marcel Rapp und unseren Cheftrainer Christian Fjell und dem Gast gebührt selbstverständlich das erste Wort. Marcel, bitteschön. Hallo zusammen, bevor ich über das Spiel rede, nochmal im Vorfeld ein großes Kompliment an unsere Fans. Kiel-Nürnberg ist, glaube ich, nicht gerade ums Eck und die sind, glaube ich, zwölf Stunden im Zug gesessen und haben uns hier fantastisch unterstützt und ich glaube, als Verein können wir stolz sein, dass wir so viele Kieler auf den Weg gebracht haben. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und da können wir stolz drauf sein und da nochmal vielen Dank. Zum Spiel, glaube ich, ist klar, wir kommen gut ins Spiel gegen den Ball, mit dem Ball, haben die große Chance durch Bernhardson und dann kommt die Situation, ich weiß gar nicht, wann es war, 14. Minute, 15. Minute, die nützlich das Spiel ein Stück weit beeinflusst. Gelb-rote Karte, wir sind einer mehr. Machen es dann richtig gut, schießen dann auch gleich ein Tor, machen dann nochmal ein zweites Tor hinterher und haben dann, glaube ich, schon das Spiel die ganze Zeit im Griff, ohne groß was zuzulassen. In der Halbzeit noch ein paar Chancen gehabt, zweite Halbzeit ein bisschen weniger, aber klar, mit einem Mann mehr sollte das auch so sein, aber wir haben das auch dann so hingekommen, dass wir das souverän gespielt haben. Gute Intensität im Spiel, gerade in der ersten Halbzeit und von dem her bin ich überglücklich und haben, glaube ich, auch sehr verdient gewonnen, aber man sollte das jetzt nicht überbewerten. Die ersten Minuten waren super, das war alles in Ordnung, aber der Gegner hat einfach einen weniger Cut, das haben wir gut ausgenutzt und ich glaube, so sollte man es auch belassen. Dankeschön. Marcel, vielen Dank. Fjello, du bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich es kurz halte. Wir wussten, was da für ein starker Gegner auf uns zukommt, er hat es gesagt, am Anfang, gleich gepresst, gleich Probleme gehabt im Spielaufbau. Dann kommt diese ominöse Szene, wo der Schiedsrichter Joseph Hangbo vom Platz stellt. Ich glaube, nochmal, wir wussten von Anfang an, es ist ein schweres Spiel gegen einen wirklich guten Gegner. Mit elf Mann wäre es das gewesen, mit zehn Mann. So gut sind wir dann nicht, dass wir dann die Möglichkeit haben, da noch irgendwas zu drehen. Ich glaube, allerdings, wenn man sieht, wie das Tor entsteht nach dem Einwurf von Jambo, wir haben einen Einwurf und ja, das kommt dann auch noch dazu, aber mir bleibt nichts weiteres wie Rapport dir und den Jungs für den Rest der Saison nur das Beste zu wünschen, dass alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Und ansonsten allen noch einen schönen Nachmittag. Danke. Vielen Dank an beide Trainer und wir fangen an mit den Fragen. Wolfgang Lars von NNDE. Ich weiß, die Frage ist müßig, aber es war das zweite Fall von Joseph Hangbo. Das erste war eine gelbe, die zweite, ja, eine kann gelbe Karte, sagen viele. Sollte der Schiedsrichter wirklich so bald schon so massiv Einfluss nehmen auf ein Spiel? Er kann natürlich, das gibt die Regel her, aber ist das ja auch in eurem Sinne? Also ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, aber unabhängig davon ist es, glaube ich, sollte der Schiri einfach so entscheiden, wie es den Regeln gilt. Und dann egal, ob das in der ersten Minute ist, einen vom Platz zu stellen oder der 90. Es geht um die Regeln und die sollte man einhalten. Und das ist wirklich völlig unabhängig von der Szene, ob das jetzt eine gelb-rote Karte war oder nicht. Aber ich glaube, wenn man so anfängt mit Fingerspitzengefühl und so, wo fängt man an, wo hört man auf? Also es gibt Regeln, danach muss man sich halten. Das ist meine Meinung dazu. Ja, uns hat es betroffen heute, wenn es zweimal eine gelbe Karte ist, dann muss er vom Platz. Ich habe es nicht nochmal gesehen, deshalb kann ich die Szene nicht, ja, wäre es nicht richtig, was dazu zu sagen, aber wenn es zweimal faul ist, dann ist es egal, in welcher Minute, dann muss er vom Platz. Wenn es zweimal ein gelbwürdiges faul ist. Gibt es weitere Fragen? Martin Moravec von der Deutschen Presseagentur. Herr Fjell, haben Sie denn schon mit Joseph Hangbo gesprochen und wie war sein Zustand? Sein Zustand war nicht gut in der Halbzeit, als ich dann reinkam. Aber sicherlich habe ich mit ihm gesprochen. Er ist noch ein junger Spieler und ich glaube, dass das für ihn auch wichtig sein kann, weil ich bin mir fast sicher, dass ihm das nicht nochmal passieren wird, wenn du schon eine gelbe Karte hast, dann so risikoreich dann da reinzugehen. Aber nochmal, jetzt ist es passiert, jetzt gilt es, dafür ist es ein Mannschaftssport, jetzt gilt es, dass wir ihn wieder aufbauen, weil der Junge hat Qualität und ja, jetzt braucht er unsere Hilfe. Ich sehe keine weiteren Fragen, dann beenden wir die Pressekonferenz schon wieder und wünschen allen ein angenehmes Restwochenende. Bis dahin, macht's gut, tschüss.